Mh, dann soll ich sagen, laufe mal hier hoch. Nee, nee, ich muss auf den Strand. Ich bin ins Wasser gefallen. Kann ich hier um hier raus? Ah, ganz easy. Ist ja geil. Ich find's cool, dass man so diese Option hat. Credits. Au. Oh, du hast mich selber angekickt. Das tut mir leid. Ey, du. Komm mal raus da. Du, du, hey, du. Komm mal her. Komm mal her, ich hab mich verloren. Komm jetzt her. Wo hat die hin? Scheiße. Nehmen wir die vier jetzt, wenn wir das killen. Oh, wie geht das? Dann, back in. Okay, wir haben alles. Ach, der Map sieht man auch gut. Wie, wie, was? Oder Schiff, wie? Okay. Okay. Erlbash. Nein, sowas ist machen gar nicht gut. Ähm, ja, was zu essen. Hier. Bitte schön. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ist das Seafood genug für dich? Das ist genug für dich. Das ist genug für dich. Das ist genug für zwei Demon Slayers. Do you think Agutas go a hollow leg? Okay. Ähm, take this to Tanzir and let him work his magic. But don't tell him I sent you or I'll turn his nose up every higher. I'm really hungry, Thief, just give me something to eat. Nitalita, use my physical theater of light to get up there. Hurry. Ich kann, ich kann, ich hab Flügel gekriegt. Ich hab Flügel gekriegt. Guck mal, ich hab Flügel. Guck mal. Wie geil. Tschüss. Tschüss, man sieht sich. Ich bin nochmal weg. Oh, wie geil ist das denn, bitte? Kann ich jetzt einfach... Ja, Mann, mach nur noch ein Looping. Gib noch mehr an. Natürlich, gib noch mehr an. Mach ein Looping. Kann ich jetzt... Woohoo! Sorry, aber jetzt bin ich erstmal raus aus dem Spiel. Ich muss erstmal gucken hier. Nee, ich flieg mal so. Please stay right to the temple. Okay, ja. You must move it from the... Ich bin zu weit weg, kann man leider nicht. Oh, das ist aber schade. Das ist echt schade. Ich bin zu weit weg, ich brauch was zu essen. Ich bin zu weit weg, ich bin zu weit weg. Well, hurry up. What do you think I... That old Gryza was trying to... Nah. It's not so little. You're trying to cheat me. Take it away. If you get ready. Oh, wie cool das ist. Wie cool ist das? Ich kann fliegen. Einfach so übernehmen meine Flügel und flieg mal schnell hoch. Weißt du, so einfach nebenbei. Ja, nee, ist klar. Ja, ist klar. What? Ich bin unterwegs, Freunde. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Careful, Kuta ist da. Oh, nein. Ich kann nicht glauben, dass er es all zu Ende hat. Oh, nein. Es fühlt sich so schön zu sein. Du bist sicher mein Freund. Mein Flügel ist weg! Nein! Das ist gemein, dumm Spiel! Es wird langsamer. Ich muss dir helfen, um den Festival zu vorbereiten. Kann ich dir helfen, um den Poison zu testen? Du wirst nie wissen. Natürlich! Du hast deinem Stadt einen großen Favorit gemacht. Es wird viel leckeres Essen sein. Ich kann nicht warten, um heute Abend. Guck mal, dieses Tinkers-Heil. Es hat ein bisschen Gas vom Arm abgehackt. Es ist zu lange. Warum nicht du sie für den Festival tragen? Ach, ich meine es aussuchen? Aber die Akuta scheint nicht sehr interessanter zu sein. Aber in den Ländern auswählen. So kann ich einen nehmen. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das Festival hat begonnen. Okay, der Mond sieht gut aus. Wo ist das Dorf? Da oben. Wo ist der Hafen? Ah, wo gehst du hier? Ach du Backe! Wie futtert der zu geil? So. Wollt mich an Natsu, ne? Falls jemand kennt. Let's go to the... Karimornings about to start. Nom 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 nom. Okay. What sets the lector... Ah, jetzt muss ich's doch auswählen. Die Katsche ist nicht gleich. Get him out of here. And yeah. No. Sell. And be nothing left for the feast. Don't even think about it. Oha! Hopper laden uns aufgekommen. King of beasts. Okay. Equip. Wah, was hab ich jetzt im Kopf? Ich hab die Katze noch im Kopf. Wie cool. F2 open. Send gift, äh, see god gift. Alter, hab ich auch mal geöffnet. Ich dachte so. Guck mal, gehst du, kann man öffnen. Da hab ich was hinkriegt. Hup. 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 Was ist das hier? Ach, das ist quasi Schock zur Zeit. Tutte. Ah, okay. Ich hab ne Katze auf dem Kopf. Ne Katze. Nyaun, miau, miau. Nyaun, miau. Nyaun, miau. Nyaun, miau. Ich hab das gewusst, dass ich die aufsetzen kann. Just gelesen. I hurl thee declare the commencement of the ceremony. Okay. O the god of all seas was the glary pray for promised city and safe passage. Deliverance from sickness and harm. You all will be lightening tonight's fireworks. Was? Es gibt Feuerwerk. Da hinten. Ah, da hinten war ein Feuerwerk. Oh, wie cool. Schon unterwegs. Was? Da oben. Da oben. Na und, wo ist Feuerwerk? Geh weg. Was? Achso. Das oben machen die schon voll weg und wir sind jetzt irgendwo gestorben quasi hier. Okay. Kann man das jetzt schön sehen. Oh, wow. Sehr schön. Habe ich allein gemacht. Habe ich ganz allein gemacht und niemand beigehalten. Na, ganz allein nicht. Oh, ist das cool. Oh, ist das cool. Oh, ist das cool. Hier haben. Das ist für sie's. Sapphira works are so stunning. It's a shame. They are so fleeting. Fancy hearing such words from you, Arya. Relationships are almost as fleeting something. Eh, sometimes. Warte. Gibi Backpack. Warte. 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 Äh. Star Canazis. U-Winger. Die Brille, nein. U-Winger. U-Winger. Einen Rucksack. Einen kleiner Gibi Rucksack. Ach so, furchtlich. Warte. 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 Das riech ich an der Hüfte quasi und das riech jetzt nicht einfach in die TheBee Rucksack TV? Warte? Warte. Ich ne東西. Warte. Für mich. Das ist ein bisschen so, Taku. Warum sagen Sie etwas so? Sie sind alleine hier wieder? Taku? Mein Vater sagt, dass ein Waste empires. Ich kenne es. Ich kenne es, ob ich das verabschiede. Ich kenne es. Ein Krim? Was ist das? Warte, warte, warte. Was habe ich gerade? Kann ich mal hier heranzoomen? Kann ich das in die Größe machen? Was ist das? Was ist das da? Ich habe jetzt eine Tasche hier an der Seite dran. Okay. Ich will meine Waffe sehen. So, das ist schon besser. Taku. Er sitzt hier ganz allein. Hat aber eine geile Position. Das muss ich ihm lassen. Guter Platz. Die Waves. Die Waves are crashing violently. At the shores today. Das ist ein vile Protokoll. Paranoid protections like this are what make you riverprotective. Well, maybe the westness of the ocean is what make me a little unsealed. Keine Ahnung was das bedeutet. There is nothing to fear. Come on. Let's go drink with your vet. The Demon Slayer left his behind on my father's ship. Can you take it to him? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Das ist strumb. The truth. Thank you for taking me to such a great festival. It's all good long as you are having fun. Aber das ist der See-Voyaging Pass. You left behind on the ship. I can't believe it that. I need this to come out of the festival again. With your Houdini. Next year. You must come. I add too much and should work it off. Ich weiß, du bist der Beste. Komm mit mir. Was? Was ist denn? Okay. Hier ist es gut für Kampf. Ähm, ich meine, Excite- Äh, Exer-Crizing. Okay. Wer ist das Camping? Komm, wir spawnen jetzt. Ha, 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 ha. Ne ganz länger, ist kein Demon Slayer. Ah, ha, ha, ha. Hups, ich hab falsch gedrückt. Ben. Space, woohoo. Ha, 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 da neben. Oh, cool, mit solchen Trick-Time-Momenten. Find ich cool gemacht, dass man diese Quick-Time-Momente drin hat, ne? Nice. You managed to avoid my attack. Come, let's spawn some more. Äh, ich hab Stun. Uh, Special Attacker. This is called... Dutch... What, what, what? Curly, we feed Dutch. Okay. Ähm, halt. Ach cool, mit so einer japanisch- äh, mit so einer japanisch- chinesischen Rolle hier gemacht. Das ist ganz cool. Shift-A. Ich hab noch auf, auf, äh, ja. Japanisch- chinesisch. Also Mandarinen. I wasn't touching a strike, then use the split-second opening to counter-attack. Turn the table on the opponent. Okay. Smart, you are a fast learner. It's great sparring with you. Let's wrap it up. I'm thirsty from all this talk. Let's go over to Uncle Heiss and have a drink. Um... I can't find him. Seh, Seh. He, he. The goal. Ah, er, he. I can't find him. Oh, oh. I can't find him. Oh, oh, he. I can't find him. He can do me. Oho, der Aume. Cheers to you, Karita and Taku. Stop thinking, Arya. You are drunk. You are scary when you're drunk. A bitchen. As non-writes, I'm just getting started more while. Ah, okay. It's going to happen. I would leave. I'm a robot, Arya. Who chose trouble? Can you get the hangover medicine from the cellar for me? Okay, can I get it right away? You can't hang me. Haha, how fast? Oh, the camp. Lots of fine vines in the cellar. Hmm, this is a good bottle. Kuta, where are you to find hangover medicine? I remember this was a good bit of redstone firewater on Uncle Hay's ship. Let's split up and search around. Nowhere did Uncle Stephens hide the firewater. That's what we didn't want to find, man. Barrel, press F for exploring. Okay, want to search. No. Okay, let's move on. Okay, let's move on this. Okay, let's move on this. Rucksack? Backpack? Auf Englisch. Rucksack ist schon deutsch. Oder ne? Oder verhau ich das jetzt gerade? Okay, ja. Die übersetzt natürlich schon ziemlich durcheinander. It doesn't look much, but it's a negrisity for monks traversing aus BT. Okay. Ich hoffe, ich spreche das Ganze nicht richtig aus. Did you find the Rucksack? It doesn't look much, but it's a negrisity for monks traversing... Okay. Okay, das ist der Ende gerade. It doesn't matter how hard Uncle Hay tried to hide the firewater. It can't escape my nose. Es könnte nicht entkommen. Es wäre ein Hase. Ähm. Wo ist der? Ja. Oh, oh. Oh, no. Bam, bam, bam. Der war jetzt billig, Freunde. Der war ganz billig. Dark Scale. How does... Äh, wie ist das möglich? Was brauchst du nicht das? Was ist das? This Dark Scale scum there. There show up in front of me. Die. This is not looking good. We should leave. Oh, oh. Das Fest. Das Fest. Äh, ich ahne Schlimmes. Soll ich gar nicht? Oh, okay. I'm ready to go. Sven, how come there's our many Dark Scales? Ja, das ist ja die Frage, ne? There's someone on the ground over there. Go check. Oh Gott, die sind noch gut. Run for your life. You're hurt. Come on, I'll get you out of here. I'm done for. Well, 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 well. Oh, das hab ich nicht gelesen, weil ich das wegmachen wollte. Äh, I'm done for and my uncle and Hauntair. Red Dark Saxe. Oh. Mec, nütz. Oh, ich... Die lieben wir noch. Ach so, die muss ich okay, okay. Weg mit... dir. Lass es. Ne, 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 ne. Es gibt so eine. Also die Respawn oder was? Ja, die Respawn, okay. Okay. Uncle Longhorn. Was, Uncle Longhorn is... Well, no matter. You should leave. It's dangerous, sir. I'm not going anywhere. I'm sticking around for my daughter-in-law. She would feel right to me if she didn't see me when she go up. Track sales. Kill the track sales and avenge the villages. Right. Revenge. My wife. I've... A fight sent to my last bridge. Don't worry about me. They have taken the Hamlet and sheathed an other into the village. What? Move out. Hang on. We must go up now. And catch us there. What are you doing? What are you doing? What are you doing here? What's going on? No good. Watch out. Feel my rest. Dark skills. What's wrong? Can I just hit anyone? I'm going to hit you. I'm going to hit you. Let me hit you. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, my God. Oh, my God. I have a lot of fun. Oh, my God. 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 Geh an! Halt! Hm. Darf ich mal mitmachen? Ich bin ja gar nicht mal alleine. Oh, Lobi. Episch. Und was durfte ich jetzt machen? Ja, es ist voll gespielt. Ich dachte wieder gar nix machen, ich bin ja gut. Ich bin ja gut. Ich bin ja gut. Ich bin ja gut. Danke an Akuta. Die Village Sheet hat been abducted by die Demons. Tansir brought Arya und Taku along will rescue him. Aber ich bin worried. Ich bin ja nicht. Ich bin ja erst. Ich bin auf zu finden Arya. Und Sarsars. We take good care of them. Clip. Okay, noise equip. Heal. Achso. Ah, okay. Okay, okay. Jetzt geh mal hin. Wo ist das hin? Kann ich dir auch mal helfen? Das sind überall noch welche in Gefahr. Ich stehe hier. I am fine. Go help Akuta. Und be careful. Aber... Go uncle high. And I can take care of each other. Die spawnen ja eh wieder neu, ne? Okay. Ah, ich spule neu. Ich bin ja nichts. Okay. Endlich mal. Gegner. Damn, damn, damn. Und... Nee da. Wuhuuu. Noch mehr Gegner. Kommt dran! Au, das ist ein fang kämpfe! Unfair! Schön bewegend, ich schau drückend, ich drüben, der trifft. So in der Ecke drehen hier. Zahlen. Au, wat? Der lebt noch? Oh, ich kann mich nicht angreifen. Where are Tansir, Arya, Entaku? Sie warned after the Dark Seas, get abducted or chief. I will crush all of you stupid toads. Okay. Aber man kriegt schon, und ich kann mir vorstellen, in späteren Kämpfen, kriegt man schon... What's that? Huh? Er kriegt man auch richtig gut Schaden, also man muss schon viel ausweichen dann im späteren Verlauf bestimmt noch und so. The light is so intense. What is this? Rootkit. This light is the manifestation of the Sea God. What? The Sea God? Actually exists. Let's go take a look. Look after my daughter. Okay, go take a look. Also,ifs when it goes after my daughter, we're getting head back to the Richtung of the Yellowstone. By where the entire So, wo ist jetzt der Strahlen hin, das weg? Nein, das ist niemals schneller als wir. So, wo ist er, oder? Hahaha, äh, leidens leidest. Wait, the evil presence is getting stronger. Look, Arya and Taku are up heat. Stay away, this is a terrible place. Ich kann euch helfen. Okay, this is a terrible place. Da hinten is was. Da. Oh. Have a taste of my wipe, you sticking doxing. Dox game. Get off of a tool. Don't be afraid. Taku, we killed some arm. Arya, careful. Hm? Hm? Ah, Polly! Hit! Oh! Achtung! Liste. Level up. Taku. Nein. Taku ist un-con-seus. Right? Don't be afraid. I'll protect you. Wake up. Bari. Hurry. They took the chief to the waterfall. Okay, let's put in this follow feeders of flight and go up there. We can't let any more bad things to happen to the village chief. Take a bit of flügel. I'll take a bit of flügel. Oh, wie cool. Uh, was? Okay. How cool is it here? Oh, wie? Oh, wie? Oh, wie? Oh, wie? Oh, wie? Oh, wie fliegel. Ach, hier oben ist man offem Wasserfall. Oh, wie cool... Oh, wie hast du denn? Der Glifftop ist alles, aber normal. Distinkt. Halltable, Ascenspermantech, der Erheim. Potent ist wirklich der Seekhunds-Present. Let's go check it out, dann beinahe. Okay, ich bin ganz ruhig verfehlter Herr. Was schon? Das ist ohne Wasserfall! Was steht's? Egal! Nice! The ruins look so unsealed. The stones that won't budge. There should be a trigger somewhere. Let's look around. Ich glaube, ich hab's schon gefunden. This should be a trigger. Let's push the boulders and put sides at the same time. Also die hier. Ich hab gedacht, der da vorne. Na gut. Okay. Mach mal bitte her. Okay. Okay. Is this the trigger in you? You are a clever one. Guardians, study this stuff. I'm sure this trick is recorded in one of your textbooks somewhere. Okay. Okay. Let's go inside. Maybe the chief is in there. We hope it. We hope it. We hope it. What is here? Oh, ne dungeon or what? Oh nice! Ne dungeon. Es gibt immer ne shop in der dungeon. Ach, ist ja geil. Okay. Okay. I feel the presence of an intense and scary power. Oops. I brought you in. It's okay. I would like to see it with my own eyes. Well said. It's good to have friends like you. Come. Let me teach my most powerful move. Learn the secret technique. I just gave you as soon as possible. Ich muss jetzt mal was dazu sagen. Das ist ja ne closed beta, ne? You are no longer in protection. Es geht ja nun darum, das Spiel zu testen. Ich nehme an, darum level ich auch so schnell. Und darum kriege ich jetzt hier rein. Ich könnte mir vorstellen, dass in der oben Beta, wo dann wenn das Spiel halt released ist, dass das alles viel viel länger dauert noch. Wenn das jetzt bis zum Testen ist, ob das im Grunde alles geht. Public use. Not a special skill. Okay. Don't learning? Alright then. Let's dodge it. Okay. You got two scrubs here. Just in time for you. Try out a new special skill. Da muss ich da draufklicken, wenn der Balken voll ist quasi. Okay. Erst wenn der Balken voll ist, dann muss ich da draufklicken. Also so hier. Ja. Ja. Find ich gut. Ist okay. Kann auch machen. Beautiful done. Get going. Let's beam them down. Okay. Jetzt sind sie fertig. F1 kann man da auch drücken. Okay. Muss ich mir merken. F1. F1. Tschüss. F1. G5. F1. G5. Wie kann ich die Waffe wechseln? Das ist ein Greetspot-Kämpfer, das war auch ganz geil. Der Kleine? Der Kleine? What? Go Stop Sen. Du gehst weg. Over your head. Was? Attacked? Oh, was ist das? So, lass mich dir die Waffe beziehen. Ich habe nicht genug Skill-Points. Und die Skill-Points. Ah, man kann sich die ganze Zeit bewegen. Das finde ich ziemlich geil, dass man sich ganz nett bewegen kann. Nein! Ah, das war knapp. Okay. Okay. Uh, ah. Komm's hier. Uh, das war knapp. Okay. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Boah, was ist das hier? Der ist ein gebucktier. Oh, sie ist cool aus. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Der ist weg. Ich mach das schon. Und lass dich alles tun. Über mein Todes. Und lass uns die Kreaturen zusammenbauen. Das finde ich gut. Das ist ein zusammenklappmann. Oh, Quicktime Event. Nein! Oh, die Musik. Eglische Musik. Nice. Was kommt jetzt? Was? 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 Was war das? Guck. Schön bewegen, schön bewegen, schön bewegen. Der macht nichts, das ist gut. Nein, der ist weggegangen. Jetzt aber, komm. Hahaha. Da guckst du nicht schlecht, hä? Warte, warte. Oh, neuer Skill. Danke. Kann ich denn jetzt lernen? Ist das wieder das hier? Nein. Oh, jetzt ist der weggegangen. Ah, jetzt habe ich... Zeig mal. Fünf. Ach, muss ich gedrückt halten? Ne. Ganz schnell. Ah, warte mal ganz ruck. Das muss ich mal testen. Der Skill will dich testen. GB. Du bist der Seeker? What? Okay, warte mal schon mal testen. Nice. Du musst aber drücken immer wieder. Das ist auch ganz cool eigentlich. Tell me. What are you after? Seeker? Was I wrong? That's it. No wonder. Also. There was no seal. Wrong place? Wildeer. You will pay dearly for what you did on this island. Wilde. Spare me the sanctuary money. Okay. I am merrily powerful. I am merrily powerful. Okay, I was abgehauen. Holden. Da muss man was neues gekriegt, oder? So. Is actually here drinnen. Hmm. 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 GB. GB. I am in debt to you little guy. You are on the Seeker. Are you? Yep. Yep. Ha. Jetzt am Seeker. If you were the Seeker, that would make me the... Celestia Impero. Oh shit. My body. Oh. That's fine. Chip. 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 Der redet nicht viel. Oh. Umgekippt. Ben umgekippt. A few days later. Okay. Oh je vois là descendant. Oh yeah. Oh je vois là descendant. Oh je vois là descendant. Avec le... So... Village Chief! What happened to me? I seem to remember the chasing of the monster. Was it a dream? Da draußen wird gekämpft. Oh, was ist das bis jetzt? Bloß... Tutorial quasi alles ist jetzt. Hier sind wir auch in einer Welt, wo auch andere sind. Well, you've been un-con-zu-zum-zu-zum-zum-zu-zum-zu-zum-zu-zum-zu-zum-zu-zum-zu-zum-zu-zum-zu-zum-zu-zum-zu-zum-zu-zum-zu-zum-zu-zum-zu-zum-zu-zu-zum-zu-zum-zu-zum-zu-zum-zu-zum-zu. No way, Rookie! Like you could, widespread such a power search, unskaked. Even with the protective magic, I could only hope to contain the power in you. You alright chief? I am the chief of the seagods, chose people. Of course, I am alright. Right then, the power of the seagods was in you has not fully awakened. And I have no idea what will happen when it does. Chief, where is Taku? How is Taku? I am getting old for sure. I couldn't visualize the power in you or save Taku. Maybe this is what they call a trade. His Taku is now dead. Yeah, here are the others. One long. Cool. I am not necessary. Even it's fate. We still have to fight it. Akuta. You have a lot of experience. Is there another way to neutralize the power? Way? Why must it be resolved? We have a guardian division. That's bit serialized in researching powerful unfurusing like this. Wouldn't be great. If we can absorb and utilize a power like this. Come with me to the guardian's headquarters. Into the redstone building. We will help you feature your out-away. Okay. Alright, Taku. I will give it a shot. I will be able to take my family and friends if I have this power. Aya has been standing in front of the village this entry time. Go say goodbye to her. Let's go say goodbye to Aya. Together, Akuta. I will be waiting for you on the ship. Okay. Jetzt geht's also weiter. Doch, also Taku lebt noch. Wie ich das richtig daran habe. Der ist... ...durch wohl. Oder wie? Wenn ich das richtig verstanden habe. Wo ist denn die andere hier hin? Er wird weg, oder was? Ja, den drinnen. Hier ist noch eine andere. Ach ja, er ist hier. Ach, krass. Er ist wirklich gestorben, Taku. Hm? Taku ist also wirklich gestorben. Hm. Hey, ich hole mir mal ein Geschenk ab. Hey, super. Nee, das ist jetzt voll Depri. Das ist voll doof. Ach, sieht aber echt schön aus hier. So optisch ist das Spiel echt ein kleiner Augenschmaus. It's me, Aya. Oh, it's you. Of course, I know it lost you. I'm fine, no problem. Akuta is taking me to Fort Wetzel of Ausgut. You want to take along? No, I can't. I promise Taku that I after the chief that tries well-shouldered self and duty of protecting all people together. I want to protect our village with Taku of all and eternity. Isn't that right, Taku? Ariel. Quit it. I can't stand stuff like this. Let me walk you to the port. 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 Where is that? There at the port. Yeah. Hey. 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 Hay. T JD Thank you. Do it for me and Taku. Make your village proud. Yes, everywhere. Taku was wanted to visit. I'll go there for him. Remember, he taught and stand your ground. Don't let anybody try it all over you. Look alive and bite everyone forever. I'm leaving now, chief. Go see the realm that my ancestors leave it in. And what's so hard for. Quite bluffing. You've never seen me real. Just let the chief label on one more time without you. Butting it's... And take a nun to eat. I'll be hard to push it to find another fantastic chief. Like me out there. Time to heat out. This is where dreams and passion begin. Yellow name. Go to a great adventure. Yellow name just Biid!! Yellow name just Biid!! Yellow name just Biid!! Yep. This awesome Long? Okay the bomb is just Bilbo by Allem in that program. I'll have a shot. Black Пом aussi. That one had somethingimentoing. The thing is really weird. geschieht es hat cool gemacht der kotzt der muss ich wieder kotzen Phew, the Huxma swell has finally passed. When will we go to Zulem? You don't look good, Akuta. Are you seasick again? Seasick? You must be joking. Seasick. No, it's Hunger. Epidohogo. No way. You just cleaning out the whole sack of stuff that Uncle Tansy's made. Just tiny noodles and even a joke for me to quench. I don't know what I'm doing, I don't know. Give me some more food. Echt, wo hat er? Stop! Jimmy! Jimmy, was machst du denn hier? How did this little guy follow us out here? It wouldn't be after the food one. The ship ruled it. Haha, he's made. He said he's not an idiot, but a revelation helper. It looks like you actually have some affinity with this creature. Is this not my pet? Is this not my pet? Is this not my pet? Is this my pet? Is this okay? I wouldn't have guessed it, but seems this thing actually understand a lot. Is this that whatever theucus? Is this he? Basically, what was it so? Is this okay? No way. Who'marired? This uncertainty. Hiya! Everybody just satisfaction! Wo? Ja, wo ist sie denn? Wovon wir gehen denn? The great beast is over there. Look for yourself. Careful! Don't come any closer. He might really hurt us. Das ist ein Boss. 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 Okay, ich bin ready. Raus da. Raus da. Raus da. Wow. Ja, das tippt mich nicht mit. Ganz gut. Ja, das tippt mich nicht mit. Ja, wer kommt denn da? Ja, wer kommt denn da? Ja, das tippt mich nicht mit. Ich hab's gekilliert. Ja, das ist ein Boss. Das ist ein Boss. Ja, 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 das ist ein Boss. Und der Steck. Obwohl ich das richtig noch gesehen habe. Achso, okay. Da sollte ich noch hingehen. Alles klar. Bin gespannt, wo es uns jetzt hinverschlägt. Sullen Custom House. Okay. Da kann ich angeln. Da ist ein Platz zum Angeln. Wie cool. Das ist jetzt anscheinend eine ziemlich große Stadt. Ein großer Handlershafen, hä? Oh, Riesenbrücke. Wow. Oh, you cannot PvP in a safe zone. Oh, guck mal, hier sind auch andere, hier sind jetzt auch andere Spieler. Okay, nice. Das ist jetzt so ein Handlershafen. Da ist eine große Brücke und eine Stadt auf der Brücke ist eine Riesenstadt. Das ist eine Riesenstadt, eine Stadt ist auf der Brücke oder ein Dorf. Was? Wie cool. Wie cool. Wie cool. Da ist ein Turm. Also optisch, na, ist das echt echt schön gemacht. Wie cool. Wie cool. Wie cool. I couldn't enjoy the sweet embrace of the Seagods. Shame? Bah. Ah. I'm sorry. He's a bit crazy. Pay him no heat. No way. This chap is interesting. When you have time, pay us a visit. Aventude Bay. Is where the Bayjord... Oh, hier komm mal. Nächstes Mal, hier komm noch mehr angerannt. Oh cool. As the Bayjorden have settled. It's a wonderful place. It was heard that the five Wardens landed when they come down to this land long ago. It would have been great if I'd been born them in those days. I could have followed the Red Emperor and annihilated the evil spirit around us. Right, right. You would have definitely been taken in as a favorite disciple and become a great leader in those days. If it isn't my great friend, come, I'll take you to the Adventure League and we can see what interesting medals have arisen of late. Oh, er, sekunde. Ecke... Oh, da hinten ist auch noch was. Oh cool. Was jetzt? Ah. Wo ist die jetzt hingelaufen, bitte? Hä? Dahinten? Nö, das ist die nicht. Hm. Wo ist die Dino geritten, wo ist die hin? Wo war's that you just walk it by? That was Enchantress Noor. Your brother has spoken of you. They follow the Black Empress and the wild, powerful Aquamancy. Control water all the time makes people so solid. It's nowhere near as fun as controlling fire. Anyway, what are the sullen Tidewater clothes coming here for? Let's go to the Tavern to ask people from the Adventure League. Okay. Die Star-Lang nehme ich an. Hm? Ah, schon wieder weg. Da hab ich aber sehr viel Mühe mit den ganzen Details gegeben, ne? Also, kann man nicht meckern. Es sieht echt schön aus. Es sieht echt schön aus. Ja, ich würd sagen, für den letzten Test ist das eigentlich erst mal ganz gut. Ich würd's jetzt hierbei erst mal belassen. Jetzt sind wir in einer wunderschönen... Oh, was das coole Map. Kann man auf der anderen Seite noch was sehen? Oh ne, ist dasselbe noch. Schade. Ich hab verschiedene Jobs, Adventure, League Admission. Oh, das wohl sieht cool aus. Ist das ein Modell? Oder kann das richtig fahren? Ja, ist bestimmt nur ein Modell, aber kann vielleicht auch richtig fahren. Ja, ähm, das war's erstmal für's Let's Test. Für das Online-Spiel Revelation Online. Wie gesagt, ist er in der Closed Beta. Dauert bestimmt noch ein bisschen, bis es rauskommt. In der Open-Beta wird er denn schon. Und ja. Äh, falls ihr euch das gefällt, müsst ihr halt noch ein bisschen warten. Aber dann könnt ihr... Was? Was? Der Flügel. Vorher. Vorher. Flügel auch haben. Rookie. Aurelia. Level. Und, äh, eine Panda auf dem Kopf. Gut, Hans. Ja, da war's jetzt erstmal dafür. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Test, Let's Play, was auch immer da kommt, wieder. Also, bis dahin. Tschüss.